Herzlich willkommen zu einem neuen Burgwächter-Video. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr eine aktuelle Tastatur ganz einfach mit einem Zylinder oder dem Seco Entry Active Motorschloss koppeln könnt. Ihr erkennt die aktuellen Generationen daran, dass auf dem QR-Code unten der Code 4x0 lautet. Wir können die Tastatur also einmal einschalten und über die Tastenkombination Pair diese in den Pairing-Modus bringen. Wir geben also ein Pair, halten die Close-Taste einmal gedrückt, bis die LEDs umlaufend blinken. Jetzt sucht sich die Tastatur das Schloss in der Nähe und verbindet sich mit diesem. Testen wir das Ganze einmal. Wir geben jetzt unseren Code hier mal ein. 300, 300 ist in diesem Schloss gespeichert und wir sehen, das Schloss reagiert. Bet ascelt, bis die Tastatur. Untertitelung des ZDF, 2020